Musik Tschüss! Digga, das switcht so geil, Alter. Wie lange hast du das Flüge gefahren? Was hast du da angestellt? Das Auto-Effekt zerstört. Schranker, scheiße. Das ist krass, es ist übel, aber weißt du, was ich dir sage, keiner in der deutschen Szene an solche Regen muss. Habe ich noch nie gesehen. Ja, Reutling darf sich warm anziehen. Jetzt ist ein anderer Level von Videos, Alter. Boom! Aber auch, weil es jetzt so... Es ist Jan. Er ist ja noch jugendlich. Er ist 21, Alter. Aber das wollen die doch sehen. Genau sowas, sowas verrücktes. Bro, that's new wave, Alter. Fick mein Leben. Auf jeden Fall, Alter. Jetzt wird's schwierig, mit Street-Videos hier um die Ecke zu kommen. Geil. Also, mega geiles Video. Ohne Witz. Ich bin geflasht, kein Scheiß. Ich bin stolz, Reutlingerin zu sein, wenn ich das sehe. Ohne Scheiß, ich find's geil. Alter, das geht richtig ab. Das ist sowas wie, als ob 20th Century Fox oder wie die Firma noch heißt, sich mit Universal verbindet und sagt so, hey Bro, komm, wir machen extra für den einen so einen Videoclip, dass der Junge einfach in die höchste Himmelsstufe fliegt. Auch, no budget, Alter. Ja, was? No budget, alles zerruft. So. Ist das schon geil geworden. Junge, das ist Kino-Film, Alter. Geil. Shish. Ich schwöre, das Video ist fett, Alter. Junge, was für Steigerung! Was geht, Alter? Ich schwöre, die ganzen Details sind schon brutal, Bro. Junge, das nimmt alles so auseinander. Wer hat aus Heutlingen sowas krankes gemacht? Niemand. Doch, geil, Alter. Kann ich mir jetzt noch mal angucken, Alter. Ich schwöre, das Video ist voll geil. Ach, Mann. Ich schwöre, ich schwöre, das Video ist voll geil. Ich schwöre, ich schwöre, das Video ist voll geil. Ich schwöre, ich schwöre, ich finde die Zeitlupendinger voll geil. Ohne Witz, alle dann von da nach da nach da nach da. Jetzt wird so ein NSD-Trip, Mann. Krasse, als ich erwartet hätte. Wirklich. Mega, mega, mega. Ja, aber guck mal, allein schon, also, jetzt mal ehrlich, jetzt nicht hier so an den Lippenlecken von den Leuten, weißt du, die da alle, du hast ja viel selber gemacht und so ein Scheiß. So, vergleichbar gibt's nix in Reutlingen. So. Alter, wie hast du das mit den Bildern gemacht, Alter? Ich werde nicht verstehen, was passiert. Wer hat das gemacht? Ich. Auch das Konzept erstellt. Alleine, der Stil. Geil. Ohne Scheiß. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Danke. Mega, gefällt mir. Auf jeden Fall perfekt, Alter. Du bist so jung, Alter, du kannst, wenn du Bock hast, du kannst alles zerreißen, wenn du nicht verstehst. Das ist geil. Ja, vor allem, weil, ey, im Ding ja geht's oft im Rechner. Ja, ich weiß so, ich weiß, Alter. Gucken Sie sich das Video und denken so, wow, hä? Muss ich vielleicht nochmal gucken. Ich bin so viel verkranzt, Alter. Juge, was hast du gemacht, Alter? Aber genieß es jetzt, weil jetzt, jetzt fickt keiner da mit, Alter. Vor allem für, hey, da ist kein Label dahinter, nichts, gar nichts. Du machst es so, das zerreißt alles, Alter. Läuft bei dir. Kannst du mir nochmal 10 Mal angucken, Alter. Muss einschlagen, eigentlich. Und du machst deinen Kopf nicht mehr kaputt wegen dem Video. Du machst deinen Kopf kaputt wegen dem Video? Warum bist du bescheuert? Drei, zwei. Tja, zwei. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020